92.301 Corona-Tote zählt das RKI mit dem Stand vom Freitag, 3.09.2021, 0 Uhr, in Deutschland. Zur Definition der sogenannten Corona-Toten sagte RKI-Chef Lothar Wieler bereits am 20. März 2020. Bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand, bei dem eine Corona-Virus-Infektion nachgewiesen wurde. Somit wird bei den Corona-Toten nicht überprüft, ob das Virus hauptursächlich für den Tod war oder nicht. Das Robert-Koch-Institut subsummeriert alle Menschen, die sowohl an als auch mit dem Virus verstorben sind, in seiner Statistik, wodurch die Zahl offensichtlich größer wird. Dies bestätigte nun auch der Leiter des unabhängigen Gesundheitsforschungsinstituts IGES in Berlin. Es werden mehr Todesfälle gemeldet, als tatsächlich an Corona gestorben sind, sagte Prof. Dr. Bertram Häusler im Gespräch mit der Welt. Vor knapp einem Jahr stellte Häusler den IGES-Pandemie-Monitor vor, der differenzierte Analysen rund um das Infektionsgeschehen mit dem Corona-Sars-CoV-2-Virus liefern sollte. Zusammen mit seinem Team hat er ermittelt, dass bei gut 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, die zugrunde liegende Infektion schon länger als fünf Wochen zurückliegt. Deswegen gehen sie bei diesen Fällen davon aus, dass Corona nicht die eigentliche oder alleinige Todesursache war. Das Robert-Koch-Institut wisse darum und bestätigte dies, so Häusler, Zitat. Sie wollen aber sicher gehen, dass in der Statistik kein Corona-Toter fehlt. Angesichts massenhafter solcher Meldungen wird die Sterbestatistik so zunehmend verzerrter. Rechtet man dieses Ergebnis nun auf eine Grippesaison um, entspricht dies knapp 12.300 Toten, was in etwa der Hälfte der Grippetoten in der Saison 2017-2018 entspricht. Wobei auch diese Zahlen einer Schätzung unterliegen. Schon im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der Hamburger Pathologe Klaus Püschel die ersten Corona-Toten in Norddeutschland obduziert. Das Fazit des inzwischen pensionierten Direktors des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf war, Zitat, Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Laut dem Datenanalyst Tom Lausen gibt es zudem weitere Fakten, die weitgehendst unbekannt zu sein scheinen. Im Interview mit Epoch Times sagte er, Die meisten von den im Moment ungefähr 91.000 an und mit Corona Verstorbenen waren niemals auf der Intensivstation oder sind dort nicht verstorben. Verstorben sind dort rund 31.000 Menschen, also 60.000 sind nicht auf der Intensivstation verstorben. Das ist hinlänglich sehr wenig bekannt und sollte eigentlich bekannt werden. Tom Lausen wurde am 8. Juli 2021 als Einzelsachverständiger im Bundestag angehört, nachdem der Informatiker die Daten des DIVI-Intensivregisters genauer unter die Lupe genommen hatte und Unstimmigkeiten veröffentlichte. Auch der Bundesrechnungshof bestätigte später Manipulationen bei den Intensivbettenzahlen und nahm weitere Ausgaben in der Corona-Politik unter die Lupe. Das komplette Interview der Epoch Times mit Tom Lausen haben wir in der Beschreibung für Sie verlinkt. Wissen Sie noch, wie das Märchen hieß, in dem sich nur das kleine Kind traute zu sagen, dass der Kaiser gar keine Kleider trägt? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht ganz stimmt, obwohl viele das Gleiche sagen? Wenn Sie sich lieber auf Ihren eigenen Verstand verlassen und sich nicht scheuen, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind, dann ist die Epoch Times genau das Richtige für Sie. Bestellen Sie die Epoch Times Wochenzeitung jetzt drei Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen und entdecken Sie den Unterschied.